König Charles wird wegen einer Prostata-Operation ins Krankenhaus eingeliefert und kommt in derselbe Klinik wie Karte. König Charles kam gestern Nachmittag wieder zu Hause in London an, nachdem er sich einige Tage in Sandringham ausgeruht hatte. Auf dem Bild wurde König Charles heute Morgen beim Verlassen des Clarence-Haus abgebildet, während er sich auf eine Prostata-Operation vorbereitet. Königin Camilla saß neben ihm, als das Auto von ihrem Londoner Haus wegfuhr. Das Paar kam kurz darauf in der London Klinik an. Einem privaten Krankenhaus in Marylebone, wo Karte sich derzeit erholt. Der König wird voraussichtlich zwei Nächte im Krankenhaus bleiben, während er sich von der geplanten Operation erholt. Buckingham Palace sagte in einer Erklärung, der König wurde heute Morgen zur geplanten Behandlung in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert. Seine Majestät möchte allen danken, die in der vergangenen Woche ihre guten Wünsche gesendet haben, und freut sich, zu erfahren, dass seine Diagnose erfolgreich ist. Einen positiven Einfluss auf das öffentliche Gesundheitsbewusstsein Letzten Mittwoch wurden zwei königliche Gesundheitsprobleme aufgedeckt. Die Nachricht, dass die Prinzessin von Wales eine erfolgreiche Bauchoperation hatte, gefolgt von einer zweiten Ankündigung, dass sich der König diese Woche einer Korrektur-Operation wegen einer vergrößerten Prostata unterziehen sollte. Weder der Buckingham Palace noch Kensington haben seitdem ein Update veröffentlicht. Letzten Freitag flog der König von Aberdeen, wo er seine Neujahrsferien verbracht hatte und die Diagnose einer gutartigen Prostata erhielt, zu seinem Anwesen in Norfolk, Sandringham. Aber gestern wurde er bei seiner Rückkehr nach London abgebildet, da man davon ausgeht, dass er die Behandlung in einem Londoner Krankenhaus erhalten wird. Bei König Charles wurde die gutartige Erkrankung am 17. Januar während seines Aufenthalts in Birkhall in Schottland diagnostiziert, nachdem er sich wegen Symptomen einer Untersuchung unterzogen hatte. Es wird vermutet, dass er die Nachricht weitergeben wollte, um andere Männer zu ermutigen, sich untersuchen zu lassen. Charles sagte seine geplanten Termine schnell ab, da er von seinen Ärzten aufgefordert wurde, sich vor der Korrekturmaßnahme auszuruhen. Die Königin hatte zuvor gesagt, dass es ihrem Mann gut gehe und er sich darauf freue, wieder an die Arbeit zu gehen. Die Tatsache, dass der King am Freitag ins Krankenhaus geht und sich am Wochenende erholen wird, spricht Bände über seine Arbeitsmoral. Als die Ankündigung zum ersten Mal erfolgte, gaben Adjutanten an, dass nach seiner Operation keine Staatsräte mehr für den König einspringen müssten, was darauf hindeutete, dass er vorhatte, seine herrschaftlichen Pflichten fortzusetzen. Es ist auch praktisch, dass beide hochrangigen Royals im selben Krankenhaus bleiben, da Familienmitglieder beide gleichzeitig besuchen können, etwas, das zweifellos geplant war. Die manière von dem Beispiel kalte und vom ersten Mal aus. Bis zum ersten Mal. Vielen Dank.